Komm direkt, lass uns mal weg bist du Wegucken Mörserbeschuss Punkt ist neutral, müssen sie jetzt nur abschneiden Wir richten uns an den Nordwest aus Mehr oder weniger, damit wir den Nachschub vielleicht abschneiden Drei Viertel Im Rauch da an der Villa ist ein ganzer Trupp Und durch Abzunehmen, verschieb gleich mal den MSW in den Süd Der Ehrenler macht Ehrensachen Oh, dann ist das aber noch ein neuer Vier Pärotruf Bär, direkt vor, ich kriege noch andere Ja, wir umgehen Feind wieder, wir versuchen Schieb nicht so dicht beim Punkt rum Wir wollen den Gegner umlaufen, nicht der Kuh Funger oder zwei Mann zu mir Feind vorne, ich bin zentral, beim T von Osterb Zwei Mann Drei Mann Stehen lassen, wir umlaufen den Feind Stehen lassen, wir umlaufen den Feind Läuft links am Haus rum Zwei Mann Drei Mann Halt Halt Drei Mann 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 Warum war das schon auf unserem Stockwerk? Ich bin oberste Stockwerk, da ist er nicht Also das Kran muss noch ein bisschen schießen werden Warte, hier kann man noch anretten Wir sammeln uns beim Movemark Wir bewegen uns zum Movemark und dann steigen wir das MSV ein Oh scheiß, da kommt die genau vorbei Die kommt näher Alle hinlegen, alle hinlegen Alle hinlegen Hinlegen Oh je, oh je Das ist ein Tiger oder was ist das? Der Tiger ist eigentlich schon Nein, ein Sherman, ist nur ein Sherman Ja, der kommt an uns vorbei Das ist ein T-Rex, wenn ich bewege es hat Ich bin echt beaffnet Knicken und lächeln Hat den MSV nicht gesehen Sauber Das war nicht schlecht Vorsicht, hier linke Seite, der Scheune ist heiß Also ermittig bleiben Handgranaten Handgranaten über die Scheune und dann rein Schön fächern die Handgranaten Keine Auge, Akte, 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 Akte Akte ist frei Wir cappen Mein Ding braucht einen Wurf hier oben im Norden Vielleicht kommen gleich hin, gleich schwatt, bis der Rauch da ist Ja, Bunker kannst du mal jetzt hoch... Ja, das sag ich doch Wenn dein Bunker stehen Am Bunker noch Feind im Gehen Und Feindmarsach Wir richten uns ein bisschen mehr nach dem Norden Hat ein Schütze Muni Bleiben aber im Gehen Im Bunker immer noch im Gehen So... 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 Einen größeren Schwenk nach links machen Einen größeren Schwenk nach links machen Rally heiß Ich denke... Bren, im Geh hinter uns im Wald Beide tot Beide tot Ich bin ein Schütze für den Chef Ja, aber ich mach Hast du noch Moe? Ne, ich bin ein Schießbecher, kein Schütze So.... Lachen Bunkern Fangen wir an In einem Cap gehen wir Die MNC ist üblich für das Einstreckte Rallye Etwa halbe Strecke zum Objective Infanterie close, kurz Infanterie close Ok, direkt auf mein... Pass auf! Wade, du gehst direkt auf Feiners Rallye zu gehen Mit drei Leuten Jetzt nicht mehr Sehr gut SORRY! HA 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 Von Norden kommt ne RAN rein Gleich schon gecappt, die haben so die Schnauze voll Gah Vom Rallye aus German, vom Rallye aus schießen Wade, ich kann dir gleich Mühe zugeben Ach, meine Lebenserwartung ist grad nicht so hoch von daher Ja Schwer zu erklären, oh Junge Krawatte! Scheiße! Oh fuck! Ich hab alle gefallen Ich hab alle gefallen Nein, jetzt hast du die Oma gesichert Nein, jetzt hast du die Oma gesichert Ja Ja Die Panzerdichte ist aber ein bisschen hoch hier für meinen Geschmack Übel irgendwie Die sind überall, aber die machen nix, die beißen nicht, aber Trotzdem lästig, man muss sich immer in den Busch hier werfen Der Daimler auch noch, ich glaube es hackt Reicht's langsam hier Ist das ne Luftland oder Panzerdivision hier? Ja Na gut, wir gucken Oh, ein Scout, was ey Was? Das ist auch nah, da geht das mal ein bisschen schneller Ja Und der Panzer fährt hier auch Ich finde das eigentlich fair, dass Gentlemen sich drehen, weil die tun uns nix, wir denen nicht Warum nicht? Wenn wir den Krieg gewinnen Ja, der ist bei der Spitz Scheiße Festlichter Straße Vielleicht geht aus deinem Weg Hab einen erwischt mit Granaten Direkt bei mir ist ein feindliches MSB Noch mehr von hinter uns Au scheiße, da rutscht ein ganzer Trupp hinter uns rein Nee, er hat von hinten gesagt Ja, doch so Und so meint er es auch, ey Ich bin so Ja, da war das Ich bin so